Die Ursache für diesen Defekt liegt wohl in einer Hydraulikpumpe oder in einem Hydraulikaggregat, das dafür gesorgt hat, dass der Betrieb nicht mehr funktioniert. Ein Sicherheitssystem hat die Bremse zugemacht und da die Bremse zu ist und auch kein entsprechender Hydraulikdruck mehr aufgebaut werden kann, ist auch der Notbetrieb nicht mehr möglich, da die Sicherheitsfunktion gut funktioniert hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017